Es regnet zwar noch in Kolumbien, das mag der Ricitello ja ganz gern. Das Bergtrikot, das Grüne mit Telekom sieht auch toll aus. Übrigens, wir hatten es ja vorher mit Marcel Wüst. Der hat eine echt gute Biografie geschrieben. Echt? Aber schon vor 20 Jahren halt oder so und die habe ich damals gelesen und da gibt es ein Kapitel über die Kolumbienrundfahrt, das richtig cool ist. Echt? Okay, was schreibt er da so? Anekdoten, wie das halt so ist, wie das halt so war, in den 90ern in Kolumbien Radrennen zu fahren. Und das ist halt, also das ist wild. Also kann ich wirklich, also ich will jetzt nicht diese Biografie empfehlen und wir machen hier auch keine Werbung, aber dieses eine Kapitel und ich habe viele Radsportbücher gelesen, dieses Kolumbien-Kapitel in der Marcel Wüst-Biografie ist schon geil. Also das erinnere ich mich gerne. Ich habe an Marcel Wüst nicht so viele Erinnerungen, muss ich sagen. Ja, der war schon ein guter Sprinter, aber ich meine, ich war da auch noch ganz jung. Ja, eben. Aber der war schon richtig gut. Ja, ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch tragisch, dass er dann hier sein Augenlicht verloren hat und so. Ich finde, Marcel Wüst ist so ein bisschen gewesen wie in der, Marcel Wüst und Erik Zabel, sie sind ja parallel gefahren, war so ein bisschen wie Heinz-Harald Frenzen und Michael Schumacher. Ja, aber genau. Und an Zabel habe ich ja unglaublich viele Erinnerungen. Also Zabel, grünes Trikot mit Ulrich zusammen, Telekom. Das ist genauso wie, das war damals so für mich, die deutschen Fahrer, die nicht für Telekom gefahren sind, die waren irgendwie sowieso Aussässige. Also wieso, ja, der fährt nicht für Telekom, weil wieso denn, was ist denn mit dem los, so? Da war ich ja noch ein Kind, so. Das war für mich komplett komisch, dass der nicht für Telekom fährt. Also total komisch, da gab es ja einige. Und das war für mich immer, und dann kam das Team Milram und so weiter später und Gerolsteiner und so, aber Telekom war für mich klar, der hätte, dass ein Deutscher muss für Telekom fahren, wenn der nicht für Telekom fährt, ist das für mich, dann route ich nicht für den, so weißt du, wie ich meine. Das ist voll komisch. So Heppner und Bölz und so, das war so die Zeit. Da war ich halt noch ganz, ganz klein. Da war ich ja acht Jahre alt oder so. Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß noch, ich habe meine allererste Tour de France, die ich verfolgt habe. Welche war das? War die 97, als Ulrich gewonnen hat. Meine war 96. Ja, und jetzt pass auf, und was ich so geil fand, ich habe das, und dann 98 war das erste Mal, dass ich wirklich in der Tageszeitung immer die Etappenergebnisse vom Vortag gelesen habe. Ja. Und was ich so, ich habe das nie verstanden, warum, ich glaube, da war 98 war Erik Zabel im gelben Trikot am Anfang, kann das sein? Oder irgendwie war der auf jeden Fall ganz weit vorne. Und ich habe nie verstanden, warum Ulrich immer irgendwie statt 47 ist die ganze Zeit. Und dann auf einmal war der vorne. Und ich habe das einfach nie gecheckt. Also wirklich, ich erinnere mich so gut, dass ich immer das gelesen habe. Und ich habe gedacht, hä? Und dann auf einmal war Ulrich erster im gelben Trikot. Und hä? Wieso ist der jetzt auf einmal erster? Und Zabel ist so, ist eine Stunde zurück. Ich habe nie gecheckt. Du checkst es ja heute noch nicht. Naja, ich checke zumindest das Punktesystem, warum 2.1, 2.2 und wie viele Punkte das gibt. Nee, bei mir war das so. Ganz klassisch, ich war 96, sieben Jahre alt. Und 96 hat ja Ries gewonnen und Ulrich ist Zweiter gewonnen bei seiner ersten Tour. Und da war ja in den deutschen Medien so, so wie mit Becker und Graf und Schumacher und so, so nach dem Motto, oh, wir haben einen neuen deutschen Superstar. Und dann waren die Zeitungen voll und es war ein Hype, unfassbarer Hype. Und mein Papa hat 0,0 mit Radsport zu tun gehabt und hat dann halt einfach mal den Fernseher angemacht. Und dann war ich als Siebenjähriger daneben und habe gefragt, was er da guckt. Und ja, der guckt da Tour de France und was ist Tour de France? Und ich habe dann halt so typische dumme Fragen gestellt als Kind. Und da erinnere ich mich noch... So wie heute. Ja, wie heute, genau. Da hat sich quasi schon als Kind abgezeichnet, wie du später mal wirst. Genau. Und dann habe ich immer Fragen gestellt und so. Und mein Papa hat ja auch keine Ahnung gehabt wahrscheinlich. Und wir haben dann geguckt, die 96-Tour. Und die ging dann zu Ende. Und dann weiß ich noch, 97 haben wir halt wieder die Tour geguckt. Und seitdem habe ich jede Tour de France geguckt. Und ich habe so, ich glaube 98 oder so, habe ich schon angefangen, auch andere Rennen zu gucken. Da habe ich den Giro geguckt. Und dann habe ich die Klassiker geguckt. Und da war ich neun oder zehn Jahre alt, habe ich schon bewusst Fernseher angemacht damals, um Radsport zu gucken. Und mein Papa hat halt manchmal mitgeguckt und so. Aber das ist so geil, dass ich, wenn mein, das muss man sich mal vorstellen, wenn mein Papa damals nicht den Fernseher angemacht hat, weil die Medien schreiben, dass da ein neuer deutscher Superstar rankommt, dann hätte ich nie Radsport geguckt wahrscheinlich. Was glaubst du, wäre aus dir geworden sonst? Was aus mir sonst geworden wäre? Ja, nix. Nix, ja. Ne, nix. Absolut nix. Oh, Sturz. Großer Sturz. Gomez. Gomez hat es erwischt. Den Top Sprinter. Oh, er fährt weiter. Aber er ist abgehängt. Nix. Nix. Oh, das ganze Team wartet. Ja. Das ist aber jetzt ein großer Vorsprung. Moment mal. Da könnte sich jemand jetzt überlegen, den einzigen Konkurrenten abzuschütteln. Aber wenn du es machen willst, musst du es gleich überlegen, weil die sprinten jetzt natürlich da ran. Ja, das muss man sich überlegen, ne? Ich würde das machen, wenn ich du wäre. Mich interessiert es jetzt nicht, weil es für die Gesamtwertung irrelevant ist, aber wenn ich du wäre, würde ich das machen. Und du machst es. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob das klappt, weil die sind schon stark da hinten, sehe ich gerade mit dem ganzen Team. Naja, das werde ich nicht hinkriegen. Doch, ich glaube schon, das kriegst du hin. Weil die sind... Du musst es ja so sehen. Du musst die jetzt nur auf Distanz halten und dann am Berg noch ein bisschen Tempo machen. Und irgendwann haben die alle Helfer verbraucht. Und der Gomez hat mit seinem Bergwert 58, fällt der dann sowieso raus. Ja. Also du musst es quasi nur... Wenn der keine Helfer mehr hat, dann ist das... Dann ist der... Auf Hochdeutsch würde man jetzt sagen, der Käse gebissen. Ah, ist bissen. Wenn man das bayerisch übersetzt. Das ist spannend, dass es nur im Bayerischen gibt. Ich habe noch nie einen Norddeutschen, der Käse ist gebissen. Ne, ich glaube, das gibt es nicht. Das ist bayerisch. Oh ja, da werden es Teufel Brise und der Käse ist gebissen. Ja, genau. Ne, also wie oft ich irgendwas auf bayerisch sage und das versteht irgendjemand hier nicht. Und wo ich dann denke, okay, Moment mal, die verstehen es gar nicht. Oder auch schweizerisch. Wenn ich sowas sage und die Leute verstehen es nicht und ich checke dann erst, ach, Moment mal, die verstehen es ja gar nicht. Das ist so krass. Du machst es auf jeden Fall gut, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der bald die ersten Helfer verliert. Das wäre natürlich geil, weil die Punktewertung dann natürlich auch nicht schlecht aussieht. Weil der ist, äh, es gibt noch die ein oder andere Sprintetappe, also ich glaube noch zwei sogar, potenziell. Also da ist Gommisch schon ein Problem. Ich fahre jetzt natürlich auch die Gruppe quasi dann zu, wo ich vorne bin, aber das ist mir jetzt egal in dem Fall. Ja, der erste ist jetzt der, der Okeda, der sieht schon ziemlich müde aus, der ist gleich weg. Ja, die haben jetzt ja auch Zeit verloren. Ich kann mal einen Satz ein bisschen runter schrauben. Jetzt kommt der Nächste, jetzt kommt der Nächste, jetzt sprinten sie alle hinten und jetzt ist der erste Helfer schon weg. Ja. Und der zweite Helfer ist auch schon gleich weg. Du fährst jetzt das komplette gelbe Team kaputt. Haben die ihren Klassmor-Fahrer auch zurückfallen lassen, nicht, oder? Die haben doch einen Klassmor-Fahrer auch. Das wäre ja lustig. Nee, die haben alle zurückfallen lassen und die haben keinen, der Beste ist 25. im Moment, den haben sie auch zurückfallen lassen. Ah, okay. So, und jetzt ist der Nächste Helfer, der holt jetzt Wasser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese Tempoverschärfung lang mitgeht jetzt gleich. Vor allem, wenn es jetzt gleich diesen Berg rauf geht. Ja. Aber die sind jetzt wieder näher gekommen, auf jeden Fall. 1,30 noch. Aber jetzt beschleunigen sie wieder. Ich warte jetzt nur darauf, dass der Nächste zurückfällt. Also das muss jetzt gleich passieren. Ja. Wahrscheinlich jetzt, wenn es bergauf geht. Spitzengruppe hält ihren Abstand auf jeden Fall vorne. Das ist auch krass. 1,17. Also jetzt musst du nochmal einen drauflegen. Ja, die kommen jetzt schon wieder ran da. Jetzt kommt leider der Berg, da wird es wieder, da kommen die glaube ich rein jetzt. Na ja. Jetzt ist der Nächste Helfer kaputt. Kann sein, dass die reinkommen, aber du hast die jetzt auf jeden Fall ganz schön. Jetzt ist der Nächste Helfer kaputt. Ja, ich kann jetzt aber auch nicht mehr fahren, das ist das Problem. Ja, aber das Geile ist, dass du jetzt wirklich die zerlegt hast. Aber die werden jetzt reinfahren, oder? Ja, sind sie schon. Okay. Ja, ich kann nicht mehr beschleunigen. Das ist jetzt nicht mehr machbar gewesen. Die sind jetzt ja auch schon wieder drin. Aber ich habe das Team auf jeden Fall mal ordentlich beschädigt. Das ist doch schon mal schön. Da wird sich die Presse freuen. So, zwei Minuten immer noch für die Gruppe. Ich habe jetzt leider selbst dafür gesorgt, dass da der Abstand sinkt. Aber die haben sich gut gehalten, muss ich sagen. Brenner und Heidoc, wen hast du sonst noch? Keinen mehr. Putz fliegt jetzt raus. Putz fliegt mit Lennart gleichzeitig raus, wie ich das sehe. Und da fliegen jetzt richtig viele raus. Ja, ich habe auf jeden Fall gut zerstört. Du hast richtig krass Schaden angerichtet. Also bei mir sind alle rausgefallen, außer Heidoc und Brenner. Und ich hoffe, dass die beiden das jetzt überstehen. Jetzt sind wir 32 noch. Ja, ja. Das wird noch weniger. Das wird schon krass selektiv. Die Frage ist halt, was passiert, wenn wir oben angekommen sind? Schläft alles wieder ein? Ja, ja. Es schläft alles ein. Deswegen lohnt es sich gar nicht jetzt so, weil wir können es eh nicht durchführen. Und guck mal, wie viel da jetzt... Das ist genau das Problem. Ich hatte bei der Etappe positive Tagesform, als ich sie angespielt habe. Ja. Und ich habe da wirklich Feuer gemacht mit der ganzen Mannschaft. Und am Ende ist ein Sprint von 60 Fahrern gewesen. Du kommst nicht weg. Also selbst an dem Berg jetzt hätte ich mit Ricci Tello gehen können und was bringt es mir nichts. Das war ja jetzt auch so ein bisschen... Bei der Etappe kannst du Leute abhängen, die eine schlechte Tagesform haben. Und ansonsten ist das viel zu lange flach danach. Was willst du da machen alleine? Keine Chance. Du kannst jetzt das Ding vielleicht auf 10, 20 Leute reduzieren, aber mehr nicht. Aber da wird keiner fahren später. Ja, genau. Das ist ja das Klassische. Ja, ja. Also diese A1 kommt auf jeden Fall zurück. Also das kann ich dir jetzt schon sagen, dass die zurückkommen werden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Glaube ich auch. Man sieht ja auch jetzt in unserer Gruppe vorne, dass da einige auch schon richtig platt sind an der Körpersprache. Also das ist schon krass, wie man das reduzieren kann, aber danach ist halt die Frage, wer hat noch die Power? Und die sind halt nicht gut, die Teams. Also ich sehe ja ein Team mit drei, vier Fahrern sogar. Aber die werden nicht übernehmen wahrscheinlich. Die sind alle im Arsch, ey. Wie kaputt die alle sind. Unfassbar. So, jetzt haben wir nochmal die Attacke. Man muss auch einfach sagen, dass ich Glück habe, dass die anderen Teams nachführen. Ja. Weil angenommen, die anderen Teams würden jetzt sagen, nö, das ist hier Brenner, der muss fahren. Dann hätte ich halt echt ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe noch Brenner und Heiduck. Und du hast vorne auch zwei. Also ich habe halt Glück, dass da einige Teams noch sind, die zwei, drei Leute haben und ihn nachführen. Wenn die aufhören, dann haben wir ein Problem. Wer ist denn das? Das sind die Chilenen und diese pinken Kolumbianer. Ja, aber die enttäuschen mich eh. Ich weiß gar nicht, da ist einer zwölfter im GC. Die haben richtig krass enttäuscht. Ich weiß gar nicht, warum. Der andere ist siebzehnter. Ach, da ist noch einer. Also so kollektiv gesehen sind die echt gut, aber so richtig abgerissen haben die das Ding hier nicht. Ich dachte, dass die stärker sind, weil die sind von der Mannschaftsstärke her eigentlich nach uns die Besten, würde ich mal sagen, am Berg. Mhm. Haben sie aber nicht gezeigt. Ja, und die führen jetzt halt nach. Und das gibt es noch zwei, drei andere Teams. Deswegen, also wenn die nicht führen würden, hätte ich keine Chance gegen dich. Das muss man ganz einfach sagen. Ich profitiere von der KI, die da hilft. Ja, und die hilft halt jetzt brutal. Schau dir mal an, wie die da nachführen. Ja, da hast du keine Chance. Das sind vier Teams oder so. Also das... Nochmal ein gelber Zug mit dem... Der Gomez hat es drüber geschafft. What? Tatsächlich, der will die Sprintwertung. Deswegen geben die so Gas. Der sprintet jetzt. Aber der geht aber ein. Ricitello holt sich da easy den ersten Platz und Gomez wird dritter. Der ist richtig eingegangen. Der war nicht mehr schnell. Und das sind drei Sekunden. Das war stark. 32 Leute noch. Jetzt ist die Frage, was passiert. Ob es jetzt einschläft. Ja, klar. Jetzt müsstest du eine Attacke geben. Und du würdest wegkommen. Keiner würde dir nachfahren. Ja, aber ich kann ja... Mit wem soll ich denn attackieren? Bei mir würden sie nachfahren. Ich bin Zweiter und Fünfter in der Gesamtwertung. Bei mir fahren sie auf jeden Fall nach. Aber ja, jetzt müsstest du theoretisch... Jetzt kommen natürlich wieder alle ran. Ist ja klar. Ja. Aber das ist... Ja, ich glaube, wenn ich jetzt keinem GC hätte, hätte ich jetzt attackiert. Aber wir sind alle vier. Mit Wright könntest du, aber der kann nicht mehr, ne? Kann nicht mehr. Oder Lennart vielleicht. Kann nicht mehr. Der kann auch nicht mehr. Alter, geht gar nichts mehr bei mir. Also keiner mehr. Du hättest jetzt auch... Also wenn du jetzt noch mehr Leute gehabt hast, ist Contreras, Ricci Tello, waren komplett leer. Also wirklich komplett, komplett leer. Ja. Ja, aber das ist das. Also ich... Ich habe halt auch nicht die Manpower. Das ist ja das Schöne, dass wir nicht... Jetzt kommen von hinten nochmal 14 dazu. Die schließen jetzt auch gleich auf. Da ist meiner dabei. Ich hoffe, dass der nochmal rankommt. Die Frage ist, Gomez... Übrigens da ist auch jeder hinten. Da ist noch einer weiter hinten. Der Lopez, der Willens Willaner. Ja. Also wenn ich es richtig sehe, hat Gomez noch einen Helfer. Also ich muss diesen scheiß Sprint einfach gewinnen. Aber ich glaube, Putz kommt nicht mehr dran. Na, ich glaube, jetzt wird es schwer für die da hinten. Die sind alle platt. Ja. Ich glaube, dass die 65 das jetzt unter sich ausmachen. Und von mir aus könnten wir auch mal zwei machen, bis 20 vor Ziel, wenn du willst. Ja, okay. Alter, was da Attacken gehen. Ja, wer hält denn das jetzt zusammen die letzten 10 Kilometer? Ich auf jeden Fall nicht. Scheiße. Aber die sind leider auch... Also zum Glück sind die auch schwach. Die können nicht richtig weg attackieren. Alter, der Gomez hat attackiert. Siehst du das? Nö. Ey, das ist ja völliger Wahnsinn. Und die nächste Attacke. Das ist ja völliger Wahnsinn hier. Und die nächste Attacke auf der rechten Seite. Bustamente. Bustamante. Yes, come on! Da hat sich der Simmons mein Hinterrad geschnappt. Ja, aber der war platt. Gomez hat den Brenner noch übersprintet. Ja, aber gut. Ich habe wieder einen Sieg. Boah, ich habe wieder komplett den Überblick verloren. Ich bin wieder gar nicht sortiert. Komm jetzt. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Komm! Lock, locker. Oh, locker ist das nicht. Yes! Nicht schlecht. Ja, da rauscht du mir jetzt auch noch ein Siegen davon. Das ist bitter. Jetzt beim Brenner holst du den nächsten Sieger. Also ich muss echt sagen, bei der Saison, ich bin echt nicht happy, wie die Saison verläuft bis jetzt. Oh Mann, ey. Okay, Putz hat 58 eher wahrscheinlich. Das liegt auch daran. 30. Oh Gott, das will er. 30. 8 Minuten verloren. Mit Putz. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach so, wie ich es mit Putz gemacht habe. Weil das ist vom Balken her ganz gut aufgegangen. Adena 16. Und Lennart zweiter. Aber da wirst du mich jetzt vom Podium mit deinen beiden kicken. Das wird so kommen, leider. Brenner holt auf jeden Fall Heiduck auf. Ja, und siehst du, wie weit Brenner vor Ricci Tello schon ist? Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Ricci Tello mit seinem 63er-Zeit-Fahren. Das ist ja richtig krank. Wie weit ich vor dem bin, das ist ja richtig krank. Ja. Das ist ja richtig krass. Also, das ist echt übel. Ich sehe in der Ferne Adi ja und du bist da schon, also. Ja, du bist ja, also. Du bist ja unfassbar viel hinter mir. Das ist ja unglaublich. Das habe ich dir ja gesagt. Sag mal, wie fährt denn Brenner hier mit Plus 2 bitte? Das ist ja irre. Du fährst ja 7 Minuten, also du hast ja 3 Minuten vor dem 2 platzierten Vorsprung. Ich meine, der kann mich ja nicht beschweren bei Plus 2 Tagesform. Aber ich hole die ja alle. Guck mal, wer vor Brenner da rumfährt. Ich hole die alle noch ein. Du hast jetzt sogar Contreras, der einen 70er-Zeit-Fahrwert hat, holst du ein, obwohl der 5 Minuten vor dir gestartet ist. Ja, ja, ich hole die alle ein. Alle, die da rumdödeln, hole ich alle ein. Gibt es da ein Zeitlimit eigentlich? Nein, Zeitfahren gibt es keins. Ey, ich, äh, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es gut ist. Was hast du denn jetzt eingestellt? Bei Brenner jetzt gerade 76. Und bei Heiduk 74. Aber ich, am Anfang bin ich 70 gefahren im Flachstück. So, Brenner kommt gleich rein. Das sieht schon gut aus. Das sieht schon echt gut aus. Und Contreras, dritter. Brenner erster mit 1,12. Heiduk, come on! Glaubst du es mir jetzt mit den 6 Minuten, Ritchi Teller? Ja, der ist ja richtig langsam. Das geht nicht besser. Okay, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, du wusstest doch, dass hier ein, wie viele Kilometer sind das jetzt? Nein, das wusste ich nicht, weil ich mir die Profile nicht angeschaut habe. Aber das, nee, sorry, wenn du dir die Profile nicht anschaut, bist du selber schuld. Ich weiß, sag ich ja. 36 Kilometer Zeitfahren. Ich sag doch, dass ich selber schuld bin. Ja, ja. 36 Kilometer Zeitfahren und du schickst als Käpt'n den 63er-Zeitfahrntypen hin. Das verstehe ich nicht. Ja, ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass das 6 Minuten 4, Punktplanung. Ich hatte im Kopf irgendwie, dass das mehr Bergetappen sind und dass die Bergetappen härter sind. Ich wusste nicht, dass das so... Ja, aber du, nächstes Mal, wir müssen uns die Profile genau anschauen, weil es hilft ja nichts. Ja, ich weiß. Du kannst mir nochmal einen Strich bei den Siegen geben. Nee, ich mach jetzt keine Striche. Wie? Wir machen das am Ende. Okay. Aber das ist genau ja das Problem, dass ich mir das nicht angeschaut habe, weil ich zu faul war, den Multiplayer zu bauen. Und dann kann ich es ja nicht anschauen in den Rennen. Und ich dachte, als so Kolumbien-Rundfahrt von der Realität, dachte ich so, ja, super krass bergig. Aber du kannst es dir ja auch, du musst ja den Multiplayer gar nicht hier zusammenbasteln, sondern kannst es dir ja auch beim Singleplayer einfach anschauen. Ja, aber ich hatte die Zeit nicht, ich wollte zu spielen anfangen. Lass uns den Blick auf die Gesamtwertung werfen. Können wir jetzt weiterspielen, bitte? Nee, lass uns mal kurz die Gesamtwertung anschauen. Ach. Was sagst du dazu? Auf die Führung. Ja, das wird jetzt, also die Saison ist gelaufen, das wissen wir jetzt. Jetzt hören wir mal auf. Ich bin auch echt froh, dass ich diese Zeitbonifikationen gesammelt habe. Ja? Ja. Warum? Ja, weil das wirklich einen Unterschied gemacht hat. Das dachte ich mir schon. Ob sich das lohnt, um zwei Sekunden da rund zu sprinten. Ja, du weißt es nicht, weißt du? Man weiß es nicht, nee. Aber rückblickend muss man sagen... Also am Ende ärgerst du dich? Erinnert dich an die Vuelta, wo er als Roglic gewonnen hat? Und Schlusssprint am Ende. Aber rückblickend muss man schon sagen, wie viele von diesen zwei Sekunden hättest du sammeln müssen, dass es relevant gewesen wäre. Mehr als es zwischen Sprintwertungen gibt. Ja, absolut. Definitiv. Viel, viel mehr. Ja, Oscar Sevilla ist jetzt mein größter Gegner scheinbar. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt hier passiert, weil das ist schon auch ein sehr langer Berg. Da geht, warte, wir haben Kilometer 50, da haben wir Kilometer... 111, der geht 81 Kilometer lang. Mehr sogar. Eigentlich müssen wir hier unten anfangen. Eigentlich geht er 100 Kilometer lang. Der Berg ist 100 Kilometer lang. Willst du mich verarschen? Und er ist auch echt phasenweise steil. Also das ist echt... Alter. Ja, das wird spannend, wie das jetzt läuft. Das ist echt spannend. Und ich freue mich auch jetzt schon, wie du das kontrollierst. Weil die da vorne mit seinem Gesamtzehnten... Ich meine, der ist auch nur 10 Minuten hinten. Ja, 10 Minuten ist aber immerhin 10 Minuten. Naja, es ist ja schon 6 vorne. Ja, mein Gott. Der hat 9 Minuten 30 rücksturmt. Und Bergwert 65. Den werden wir ja wohl noch einkassieren. Also muss man ja nicht, aber so ein bisschen zumindest. Ja, aber ich bin jetzt hier gefragt. Merkel macht das super. Aber es ist ja auch logisch. Also ich meine, ich habe das Interesse wegen der Weltrangliste. Also mir ist ja der... Ich kann die Rundfahrt sowieso nicht mehr gewinnen. Ey, du, das ist... Was ich sage, ist eigentlich ein Lob an die KI. Genauso muss es sein. Ja, genau. Die müssen sagen, ey... Du hast Platz 1 und Platz 2 zu verlieren. Ja, und du hast jetzt schon 5 Etenten gewonnen. Das reicht jetzt auch irgendwann mal. Ja, absolut geil. Also ich finde es komplett richtig. Die dürfen keinen Meter führen. Ist zwar scheiße für mich gerade, weil ich echt Mühe habe. Aber es ist genau so muss es sein. Du hast jetzt einen schon verloren, oder? Ja, Behrens auch gleich. Jetzt fährt groß. Ich bin immer noch bei 37, Alter. Ja, das wird mich jetzt zerstören hier. Das heißt, du hast es noch 3 Hälfer, oder? Groß. Putz, Kersten. Ja. Und der Groß wird auch nicht mehr lang können. So wie ich das einschätze. Und der Kersten wird gar nicht mehr können. Der Kersten wird wahrscheinlich 10 Sekunden führen können, wenn überhaupt. Weil der Große ist jetzt gleich kaputt. Der Kersten kommt dann vor. Dann war es das für den auch gleich. Der Kersten kann gar nicht mehr gleich. Nein, unser EC-Fahrer noch im Feld. Abstand auf 7 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kommt der Putz. Der hat aber noch Kraft, oder? Nee. Der Putz kommt... Nee, der Putz kommt eigentlich noch nicht. Das ist jetzt eher mal Kersten. Und jetzt habe ich eigentlich keinen mehr. Jetzt ist Putz derjenige, ja. Aber der ist eigentlich nicht dafür vorgesehen, Alter. 50 Kilometer noch. Willst du mich verarschen? Boah, das ist jetzt schon echt übel. Tja. Tja. Zeigt es wieder, 37. Naja, ich fahre nicht mehr so schnell. Kann ich mir nicht erlauben. Ich kann es einfach nicht. 8 Minuten steigt wieder an. Es sind halt noch 50 Kilometer und ich habe eigentlich keinen mehr. Du hast doch noch zwei Helfer. Drei sogar. Ja, wen denn? Ja, Putz, Kersten und Groß. Ja, aber Putz ist der Einzige, der noch gelben Balken hat. Die anderen beiden werden nicht mehr helfen können. Das ist sehr, sehr schwierig. 8,30. Naja. Werd' da nicht mehr viel hochschrauben können. 55 Fahrer noch. Ich meine, ich habe er schon schön ausgedünnt, aber ich kann halt einmal... Der Berg ist halt unendlich lang. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Berg. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe schon drei Hälfte. Eigentlich habe ich vier Helfer verfrissen. Der schwere Teil kommt ja erst noch. Ja, das ist ja der Witz. Alter, ich muss echt mal ganz kurz austreten. Ich lasse es einfach mal laufen. Du greifst jetzt nicht an, oder? Die nächsten zwei Minuten. Nee. Okay, bis gleich. Alter, was ist passiert? Gestürzt. Was? Was? Ich bin gestürzt mit Cadena. Ey, wieso ist Putz hinten? Auch gestürzt. Echt? Ja. Alter, what? Oh mein Gott. Okay. Aber ja, der Vorsprung... Ja, jetzt musste ich anschauen, langsam. Es ist jetzt 9,48. Jetzt übernehmen die Pinken. Ja, das wird geil, aber okay. Gut, ich bin jetzt gestürzt, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig katastrophal. Aber wenn, wäre ich selber schuld gewesen, ist ja klar. Alter, darf man da aber nie gehen. Ich hoffe, die Getränke reichen bis zum Ende, aber ich denke schon. Ich hoffe einfach, dass die vorne nochmal Zeit verlieren. So, wo ist denn der? Der ist ganz vorne. Der Osorio ist hier mit vorne dabei, ne? Das ist ja krass. 39 Rückstand. Der ist da ganz vorne in E1 mit dabei. Das ist der kolumbianische Meister, oder? Ja. Das ist ja geil. Und jetzt sind wir übrigens nur noch 36 Fahrer. Jaja, wir fahren hier nicht langsam. Das ist konstant hohes Tempo. Aber der Osorio... Ey, das wäre schon eine geile Story, wenn er das gewinnt. Aber da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Absolut keinen Bock. Das ist ja der Hammer. Jetzt sind wir wieder 43. Ich meine, das ist die vorletzte Etappe. Die letzte ist eine flache Etappe. Da wird es wahrscheinlich keine Zeitunterschiede geben. Das heißt, hier wird jetzt das Finally GC gemacht. Ja. Project fährt jetzt auch. Okay, Project fährt jetzt richtig. Project fährt jetzt richtig einen Stiefel hier. Da wittert man jetzt die Chance. Ja, da muss man jetzt auch mal was machen, weil sonst verlieren wir unsere Platzierung und du nämlich deine nicht. Ja, genau. So ist es nämlich. Das ist nämlich genau das Ding. Der wird sich nämlich sonst genau zwischen uns schieben. Weil ich glaube, die Zeit, die er Rückstand hat, hätte ich im Griff. Ich meine, ich kann ja mit Brenner immer noch mal dann Gas geben. Aber jetzt bist du wirklich gefragt. So ist es. Gut erkannt. Das zeichnet einen guten Manager aus. Absolut. Boah, und diese geballte Mannschaftspower da vorne. Wie viele Leute du noch hast. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ey, du fährst viel zu schnell für mich gerade. 13 Kilometer noch, da kann ich nicht mitfahren. Das ist viel zu schnell. Was ne Attacke, Alter. Boah, da muss jemand gute Tagesform haben. Wie du reinbretterst, ist ja krass. Gut, das muss ich jetzt erstmal noch verteidigen können. Das ist zu schnell. Ich kann das niemals mitfahren. Im Leben nicht. 10 Kilometer noch. Ja, das ist viel zu viel. Also ich schalte sogar nochmal meinen Einsatz runter. Es ist geisteskrank schnell, wie du fährst. Also wenn du das durchhältst, gewinnst du die Rundfahrt noch. Wo bist du denn? Der Brenner fährt jetzt nach. Okay, der Brenner muss jetzt selber nachfahren. Ja, Heidok ist auch noch da. Aber 9 Kilometer, ich kann das Tempo nicht fahren. Völlig, völlig keine Chance. Da sind ganz schön viele Fahrräder jetzt mit mir mitgefahren. Ja, ich weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das durchhalten. Bei mir wird auch wieder rein attackiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr dieses Tempo... Also die Leute, die da bei dir dranhängen, die können doch niemals das Tempo durchhalten bis oben. Ne, nicht. Im Moment schon noch. Ja, also ich bin meilenweit von entfernt. Kann ich nicht. Gar kein Fall. Nein, übrigens diese 10 Minuten von der Spitzengruppe haben wir wirklich zugefahren. Ja, du hast sie zugefahren. Nicht ich. Aber ich ziehe die Leute da hoch. Die fahren mit mir einfach mit. Ja, ich weiß nicht. Das ist völliger Wahnsinn, wie schnell ihr fahrt. Das kann ich nicht fahren. Also wenn du das durchziehst bis oben... Du hast zwei Minuten aktuell. Ich werde das wahrscheinlich verteidigen können, oder? Ich habe doch drei Minuten Vorsprung oder so. Ja. Aber das wird knapp. Also ich kann nicht mehr länger. Heiduk bricht jetzt gleich komplett ein. Der ist fertig mit der Welt. Bin jetzt solo weg. Ja, ich habe zwei Minuten, vier Sekunden Rückstand. Aber ich habe auch nur noch einen Kilometer. Ja, du behältst gelb und du gewinnst die Rundfahrt. Ja, ja, aber da hast du mir jetzt nochmal ordentlich aufgezeigt. Contreras gewinnt vor Ricitello. Krasse Leistung, Alter. Was für Tagesform hast du? Äh, null und minus eins. Ja, ich habe mit Brenner minus zwei. Aber da hast du auf jeden Fall einen geilen Sieg angefahren. Ja, also, aber du mit 1,43 weiter vorne. Ricitello dritter, Heiduk jetzt fünfter. Oh, Heiduk ist schön zurückgefallen. Ui, ich bin zu früh. Ich bin zu früh. Nein! Hängt sich der einfach an mich dran, Alter. Das ist ja ganz mies. Der Gomez hat aber, also ganz ehrlich, was hat denn der für eine Endgeschwindigkeit für diesen niedrigen Sprintwert? Der kommt da immer angeschossen. Ja, der ist echt krass. Der holt echt das Maximum raus. Ja, Glückwunsch nochmal zum Sieg, Alter. Ich dachte jetzt, ich hole mir mit Heiduk den Sieg. Jetzt holst du dir den mit Simmons. Du hast halt von Anfang an den an Heiduk drangehängt, ne? Ja, ja, klar. Ja, das hätte ich halt einfach sehen sollen und dann einfach gar nicht sprinten sollen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass du das machen wirst. Aber ich dachte mir auch nie, dass ich, ich dachte halt, dass ich nicht, ich dachte, dass ich zweiter werde hinter dir ist immer noch besser als keine Punkte. Nee, so in dem Moment, in dem ich erkannt habe, dass ich zu früh war, wusste ich, dass du gewinnst. Weil du hast mit 72 halt auch einen guten Beschleunigungswert. Das heißt, du kannst meine Beschleunigung mitgehen. Und wenn ich zu früh eingehe, hast du noch Windschatten und ziehst einfach vorbei. Wir haben jetzt lange keine Siege geholt. Also jetzt hast du vier geholt, ich habe drei geholt. Das Bergtrikot ging an mich. Punkte, jetzt schauen wir uns die Punkte an. Punktewertung ging an mich. Aber krass, ich habe neun Punkte in der Weltdruckliste aufgeholt, aber das war ja nicht der Plan natürlich. Ja, du bist Zweiter und Dritter geworden in der Gesamtwertung. Und ich habe die Punktewertung gewonnen, du hast die Bergewertung gewonnen. Also das war doch eine krasse, krasse Geschichte hier. Ja. Ja, Gesamt steht jetzt so, du bist 1200 Punkte vorne weiterhin. Hast einen Sieg mehr, 10 zu 9 und in der Bergwertung steht es 2 zu 2. Ja. Also, das sind die aktuellen Gesamtstände nach der Vuelta a Colombia. Nächste Geschichte wird sein, der große Preis des Kantons Aargau in der Schweiz. Und da wollen wir natürlich was abliefern. Ja, weil das ja fast schon dein Heimrennen ist. Ja. 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 Ja.